Wie ich es hasse. Wie ich es jetzt schon einfach hasse. So, wir warten bis hier Seepädchen Ghost. Bis er weiter vorne ist. So, es dauert es wieder bis Seepädchen Ghost kommen. Rück mal ran, Seepädchen Ghost. Auf geht's, Seepädchen Ghost. Sozusagen der Ghost-Schwimmer. So. So, Seepädchen Ghost ist direkt, äh, behind. Niemand. Seepädchen Ghost. Seepädchen Ghost. Oh, Alter. Diese kleine Kacklampen, Seepädchen Ghost, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter, komm schon. Oh, geht doch. So ist es echt, Dern. Zurück zum Schiff mit mir. Drecks Seepädchen, Alter. Kann das einfach nicht aus dem Arsch. Denkt sich wohl, hat ihn ganz Zeit, äh, ganz Tagzeit hier. Hät sich für ganz besonders schlau. Aber als ich nachgeguckt habe, was ein IQ so tust, Brot. Ich danke dir, Alice. Sei so gut zu dir, wie du zu uns warst. Holt den Anker ein und dreht bei, Männer. Wir steuern gern hohe und gelohreiche Seen. Mhm, mhm. Ach, Gott, Alter. Fack sind hier dicke. Weißt du, du musst vor allem, äh, vor allem die Drecksarbeit machen. Das ist echt, äh, unfassbar. Und da sind nicht mal mehr Zähne drinne Zahne. Nicht mal mehr. Das ist uns gegönnt. In was für eine Welt leben wir nur. So, dann geht's aber fromm auf zum nächsten Part. In diesem Level. Oh, das kommt schon. Bin ich der Einzige, der findet, dass das hier nicht gut aussieht? Oder vertrauenserweckend? Hab ich schon mal erwähnt, dass ich Unterwasserlevel eigentlich hasse? So, guck mal, hier sind Zähne. Das will ich hören, Mann. Oh, danke. Okay. Da gehen wir nicht weiter. Und eben bei dem Seepferdchen-Ding weiß ich, dass ich da eine Sache nicht mitgenommen hab. Ähm, ja, falls irgendjemand auffällt, kann er sich drüber freuen. Nicht wahr? So, warten wir bis, äh, der Ladevorgang kommt. Ja, mach mal. Das ist so ein Rutschlevel. Das hab ich ja noch, äh, das hat mir gefehlt. Ihh, guck mal, wie ekelhaft. Oh, so, vorsichtig. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Scheiße. Okay. Boah. Alter. Ey. Das hier war auf jeden Fall nicht unbedingt der bessere Weg. So. Oh. Wuhu. Das war so klar, Mann. Kolossaler Pfeffer. Möäh. Oh. Oh fuck it, Alter. Hier. Lass mir die mal ins Gesicht puzzeln. In irgendeins deiner Arschgesichte. Nein! Scheiße, Alter, ist der flink. Oh, der hat uns jetzt für das Gesicht gepuzzelt. Das ist nicht geil. Hier haben wir auch hässliche Fresse. Du kriegst mich jetzt nicht. Okay, so viele können das Ding noch gar nicht mehr haben, Alter. Okay, ich glaube, wir haben es ihm erst mal gezeigt. Fragezeichen? Der hat auf jeden Fall ordentlich nach Zahnfäule gestrumpen. Also so wie seine Mutter. Entschuldigung. Das war hier, Kniescheibe, ade. Ach man, ich will hier mal den machen. Ja, das sieht super vertrauenswürdig aus. Ich freue mich endlich, wenn wir wieder in einem Level sind, wie ich unter Wasser Level hasse, Alter. Das kann man sich gar nicht vorstellen. So sehr hasse ich sie. Okay, und das hat uns jetzt was gebracht. Los weg hier, Alter. Und zack, hier haben wir wieder so eine Austin-Dingsons. Mal gucken, was hier unsere Aufgabe ist. Oh, ist das wieder so ein Battle-Royal? Ah, Töte oder Werde getötet? Ja, nö, 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 nö. So? Oh,azione? Not later. Okay. Ah. Kannst du mal aufhören? Nein! Das ist doch kacke. Ach, Mann! Schön! Ach, Gott! Jo, weiter! Ja, natürlich! Machen wir nochmal! 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 Ich habe es zwar noch nicht erwähnt, aber wir machen das hier einfach nochmal! Wenn das Spiel mich über die unsichtbare Wand lässt! So, geile Pfade können durch zerstörbare Behältnisse verborgen sein! Da hat er recht! So, jetzt komm du her, Alter! Schmierfink! Na komm! Nimm die Hand weg! Na komm! Nimm die Hand weg! Oh! Niemand hat mir gesagt, dass er das kann. So, den haben wir. Scheiße, scheiße, scheiße. Na, komm. Alter, da kam noch einer. Was ist das denn, feine Scheiße? Ah, denkt ihr, das fett ist effektiver, wenn ich das denn gleich mal so fett ins Gesicht zimmer... Mal ausprobieren, mal ausprobieren. Unsichtbare Wand. Ihr Mensch, wiegt sie hübsch in den Hintern? Da ist tolerieren. So, ich habe einen Ohr nicht hier. So, du ISR, Mann. Oh, nein, Alter. Weißt du, wir sind okay. Nein. Äh... Oh, Mann. Na, komm. Du alte Pistratte. Babyface Jones, Alter. Babyface Jones, was ist los hier? Babyface Jones, komm her. Das ist der Bruder von, ähm... Motherfucker Jones, übrigens. Motherfucker Jones, übrigens. Oh, das gibt es nicht. Oh, das gibt es nicht. Y мышx, wär's ja body. Morra, mach ich auch. Der Bruder von München ist in der Bruder. Oh, knapp, aber er geschafft, man. Er geschafft. Nöße. Ach, halt die Schnauze. Dreckshase, Alter. Oh, hier. Und zack, extra Rosenblatt, oder was? Nöße. Vielen lieben Thanks. War auch nur minimal anstrengend. Nur, nur ein ganz wenig, nur ganz klein.